So, einen wunderschönen guten Abend oder auch guten Morgen, je nachdem wann ihr diese Aufnahme jetzt hört. DAX Long oder Short soll es sein für Freitag, den 17.01.2020. Der Blick natürlich auf den DAX. Wir haben jetzt hier noch Donnerstag, 16.01.2020. 21.34 Uhr aktuell. Der DAX ist wieder auf dem Weg nach oben, allerdings die Tageshochs noch nicht erreicht. Dow Jones, SMP und Co. mal wieder auf Allzeithochniveau. Ich hätte es zugegebenermaßen für den heutigen Tag nicht erwartet, dass es wieder solch Stärke gibt, aber der Markt zeigt es. Und somit zeigt sich hier eine Short-Position meinerseits, die da schlussendlich break-even ausging. Und wir müssen uns das Ganze natürlich dann jetzt neu anschauen, vor allem auch für den DAX, der jetzt erstmal verhältnismäßig für den heutigen Tag höchstwahrscheinlich relativ stark schließen wird. Und sich da vielleicht dann eben auch morgen wahrscheinlich Käufe vielleicht lohnen könnten zu morgen. Wir blicken uns das Ganze natürlich an, wir schauen uns das Ganze an, gleich jetzt hier vorab ganz kurz der Risiko. Und was lest euch diesen bitte durch? Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vor Trader, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und erstmal ganz kurz der Blick auf die Newsseite. Dafür muss ich natürlich die Website auch erstmal aufmachen. Wir haben heute Controlling des Einzelhandels bekommen. Die vorherigen Zahlen 0,1 Prozent, Prognose 0,4 und aktuell 0,5. Also etwas besser als erwartet für den morgigen Tag. Erwarten uns noch, Moment, wir sehen es dann auch rechts Reuters. Unimischigen Verbrauchervertrauen kommt dann morgen auf uns zu. Und wir werden dort schauen, ob das gegebenenfalls auch besser ist als erwartet. Das Verbrauchervertrauen grundsätzlich scheint zumindest alles weiterhin grün zu sein. Quartalszahlen morgen Stanley übertroffen erwartet. 9,48 an Erträgen Milliarden natürlich. 10,9 sind es geworden. Und hier nochmal eine etwas kleinere Bank. Bank of New York Mellon hat fast 25 Prozent die Erträge gesteigert im letzten Quartal 2019. Also dort auch die Quartalsergebnisse. Zumindest der Banken durchweg relativ positiv. Und das zeigt sich dann eben auch an den Märkten wieder. Wir gehen mal auf den Markt. Wir schauen mal auf den Chart. Schauen uns den DAX an, der uns heute diverse Möglichkeiten geboten hat. Wir hatten es auf der Abwärtsseite versucht. Wir hatten es auf der Longseite versucht. Konnten schlussendlich hier auch auf ein paar Pünktchen verdienen am Ende. Und jetzt sehen wir wieder, dass der Markt eben über den heutigen Eröffnungskurs 8 Uhr läuft. Dass wir schlussendlich hier in den Schlusskursen den Boden im Groben gefunden haben. Und es war ja heute Morgen schon der Gedanke, dass schlussendlich der DAX gegebenenfalls heute eben auch auf der Longseite seine Stärke beweisen könnte. Denn er war die letzten Tage ja grundsätzlich abwärts tendierend. Wir hatten dann hier so eine Trendlinie eingezeichnet. Waren heute Morgen oberhalb der Trendlinie. Und somit war es dann eben auch ein Gedanke, heute Morgen schon die Longseite zu handeln. Dann eben entsprechend auch nochmal später die Longseite. Das ging dann schief. Dann hatte ich hier nochmal eine kleine Shortposition. Break-Even. Das hat dann auch nicht funktioniert, wo wir dann eben nach unten gelaufen sind. Naja, und nun sehen wir hier wieder die Stärke, die dann erstmal an meiner Seite oder an mir vorbeigegangen ist. So, wo sind wir jetzt aktuell? Und da wir es jetzt quasi 22 Uhr bald haben, werden wir auch den Schlusskurs höchstwahrscheinlich in dem Bereich hier bekommen, wo wir uns aktuell befinden. Also 13.450 wäre hier durchaus ein Bereich, der da interessant ist und war, weil es dann eben der Schlusskurs ist. Was jetzt eben an charttechnischen Punkten für den kommenden Tag wichtig ist, sind neben den heutigen Tageshochs auch nochmal, oder ist neben den heutigen Tageshoch dann auch der Bereich von vorgestern. Das ist so in etwa, Pi mal Daumen, der Bereich ganz knapp kurz vor der Marke 13.500, in etwa der Bereich um die Marke 13.480. Nach wie vor ein Widerstandsniveau, auch dort konnte der DAX eben heute nicht nennenswert drüber gehen. Aber die Stärke zeigt es, es ist somit nicht ausgeschlossen, dass wir das morgen tun, vielleicht sogar über Nacht. Was da bedeutet, wenn wir morgen zum Beispiel auch relativ stark eröffnen sollten, oberhalb dieser Marke, wir messen es nochmal, bevor wir hier dann eben eine falsche Gruppe, falsche Marke nennen. Genau, es ist in etwa der 13.480er Bereich, 13.475 bis 13.480. Wenn wir dort drüber eröffnen sollten, ist das Bild erstmal für den DAX ganz klar long tendierend. Da gibt es dann eben für mich keine Zweifel, da werde ich es dann auf der Long-Seite versuchen. Natürlich mit dem ersten Ziel, dass wir etwas über den 500er Bereich kommen. Das war heute schon das Ziel, das hat der Markt nicht ganz geschafft, beziehungsweise, dass wir dann für den morgigen Tag auch durchaus realistisch in Richtung 530 laufen können. Sodass eben die heute schon erwartete Stärke dann vielleicht am morgigen Tag sich weiter fortsetzt, beziehungsweise sich dann mal so richtig ausprägt. Ja, und wir dann eben die Chance bekommen, hier dann auf der Nordseite vielleicht in den einen oder anderen Punkt, den einen oder anderen Euro schlussendlich zu verdienen. Selbst aber auch, wenn wir etwas da drunter sein sollten, sollte die Long-Seite nach wie vor aktiv sein. Der heutige 1730 Schlusskurs, ich hatte das schon angepasst, sollte dort für mich persönlich so ein bisschen der richtungsentscheidende Bereich für den morgigen Tag sein. Selbst wenn wir vielleicht noch ein Stück nach unten kommen, wenn wir in der Nachtsession kurz mal nach oben laufen, noch ein Stück nach unten kommen, dann auch wieder irgendwie Erholungen finden, sollte das interessant sein für die Long-Seite. Die Short-Seite würde für mich dann erst wieder in etwa so unterhalb der 427, beziehungsweise würde ich hierfür sogar noch abwarten, dass wir unterhalb des gestrigen Schlusskurses 22 Uhr in irgendeiner Art und Weise rangieren. Also wenn wir diesen Bereich hier unten, der eben ja offensichtlich charttechnisch wichtig ist, der eben auch vorher schon mal charttechnische Relevanz hatte, so Pi mal Daumen mit 405 bis 400. Wenn wir da runter kommen, so scheint es aktuell nicht auszusehen. Also selbst die Schwächephasen, die immer mal wieder auftraten in den letzten Tagen, wurden sofort zurückgekauft, aber eben nicht extrem. Jetzt könnte sich heute mit dem Schlusskurs, mit der Stärke der US-Märkte, könnte sich zum Ende der Handelswoche das Blatt hier im DAX durchaus nochmal wenden. Aber es ist durchaus auch nach wie vor ein Gedanke, je nachdem auch was die US-Märkte machen, wir schauen da gleich mal drauf, die sind aktuell auf Allzeithochem Niveau, sie pushen wieder nach oben. Aber wenn die in der Nacht vielleicht so ein bisschen zurückkommen und dann der DAX ja Vormittag so ein bisschen sein Eigenleben hat, wäre es natürlich auch denkbar, wenn wir über dieses Hoch vom heutigen Tag laufen oder vielleicht sogar so an den Bereich 510 ran, dass man auch hier ähnlich wie in den vergangenen Handelstagen immer auch mal den antizyklischen Charakter fahren könnte in Richtung Short. Das bleibt im DAX nach wie vor ein strategischer Ansatz im Gegensatz zu den US-Märkten, wo ich da sehr vorsichtig bin. Heute habe ich es mal versucht, habe gemerkt, dass es eben nach wie vor nicht funktioniert. Und von daher war es ja auch in den letzten Wochen kein Ansatz für die US-Märkte, aber für den DAX immer mal wieder auch hier antizyklisch zu agieren. Und so wäre das auch für den morgigen Tag ein Gedanke, auch je nachdem, wo wir reinkommen. Wenn wir noch viel, viel stärker reinkommen, als wenn wir da morgen mit der Eröffnung schon im Bereich oberhalb der 500 sein könnten, alles denkbar, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtig, weil dann sind wir auch oberhalb wichtiger Bereiche. Aber wenn wir hier so den einen oder anderen Bereich mal anlaufen, vielleicht auch mit ein bisschen erhöhtem Volumen, dann gerade am Vormittag wäre dann hier so ein antizyklischer Short denkbar, beziehungsweise dann eben, wenn es wirklich krachen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, unterhalb der 400 könnte es dann eben auch nochmal zu so einem ein oder anderen etwas stärkeren Rücksetzer kommen. Als allererstes in den Bereich 3,70 und dann gegebenenfalls sogar zurück in Richtung 300. Das ist so ein übergeordnetes Ziel, was der Markt ja durchaus anlaufen kann, der 13.300er Bereich. Unser alter, wichtiger Bereich aus dieser Seitwärts-Schiebezone, den kennt ihr. Wir müssen immer mal drüber sprechen. Ich setze erstmal grundsätzlich jetzt hier voraus, dass es wahrscheinlich nicht so passiert. Aber wenn es dann doch abwärts geht, müssten wir uns ja mit Zielen auseinandersetzen. Und das wären so meine Bereiche für die Abwärtsseite. Blicken wir mal ganz kurz auf den Dow Jones, denn der pusht ohne Ende nach oben. Wir sind jetzt schon im Bereich 268. Also wir sind heute gestartet im Bereich um die Marke 150, 29.150. Und ich hatte dann nach dem ersten Run auf der Nordseite, das kennt ihr oder habt ihr gesehen, dann auch im Livestream hatte ich hier nochmal so einen Short-Versuch gewagt. Der Markt hat sich lediglich in den Eröffnungskursbereich nochmal zurückgewagt. Ist dann von dort aus direkt weitergelaufen. Führte auch im US-Markt dazu, dass ich jetzt hier eben einen Break-Even-Trade hingelegt habe. Ich war zwischenzeitlich 30, 40 Punkte vorne, aber habe dann hier darauf gesetzt, dass wir gegebenenfalls erneut in diesen 120er, 130er Bereich aus dem gestrigen Ziel reinlaufen. Und das hat der Markt nicht getan. Von daher war es einen Versuch wert. Leider Gottes bin ich jetzt hier nicht auf der Long-Seite. habe ich mir auch in mein Trading-Tagebuch geschrieben, dass ich hier etwas zu starr in meinen Gedanken war bezüglich der heute eventuell für mich mal auch Chance, dass der Markt etwas abgibt. Nicht extrem, aber dass wir zum Beispiel dann auch in den gestrigen Schlusskursbereich laufen können, da wir da jetzt noch ein offenes Gap haben. Und dieses Gap bleibt bestehen. Das ist ganz wichtig auch für die Zukunft, dass wir uns das merken. Auch hier natürlich irgendwann kommen mal Abgaben. Und der gestrige Tag zeigt den Schlusskurs im Bereich um die Marke 29.040. Wir sind aktuell schon über 200 Punkte wieder höher. Und wir haben hier zum heutigen Eröffnungskurs, der war, jetzt müssen wir schauen, der war irgendwo hier dazwischen. Das ist ein bisschen falsch, diese farbliche Darstellung. Aber wir haben hier auf jeden Fall ein offenes Gap, was nach wie vor natürlich offen ist, da der Markt nach oben läuft. Also diesen Bereich speichern wir dann schon mal ab für die Zukunft, denn er wird, denke ich, eine gewisse Relevanz haben, auch in den nächsten Tagen und Wochen, wenn dann doch mal ein wenig Abgaben kommen könnten. Muss man ja so sagen. Euro-US-Dollar hatten wir heute short genommen im Livestream. Ja, Livestream. US-Opening-Bell mit dem Break. Hier dieser Tiefs ist auch im Endeffekt ein wenig der Bruch der vorherigen Aufwärtssequenz gewesen. Dieser Trade ist nicht nennenswert im Profit, aber er ist auf jeden Fall schon mal eben grundsätzlich nach vorne gelaufen. Dieser Trade war so gut wie nicht im Minus. Dann hier nach unten gekommen, bauten jetzt hier ja einen Hoch aus. Und wir hatten hier so ein wenig eine Seitwärtstendenz angenommen und zusätzlich war es dann auch nochmal der Bruch des alten Tiefs. Ich hatte hier quasi so eine Art Seitwärtszone lokalisiert und wir hatten dann gesagt, okay, ein Bruch nach oben wäre interessant. Das haben wir jetzt aber eben schlussendlich nicht gehandelt und ein Bruch gen Süden wäre ebenfalls interessant. Das kam dann auch im Livestream. Somit sind wir hier eben auf der Short-Seite eingestiegen. Zusätzlich ist es der Bruch der Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs. Und da ich hier es nicht ausschließe und der Bereich um die Marke 1,1150, ja der richtungsentscheidende Bereich für mich war, dass wir durchaus hier Schwäche sehen könnten. Zumindest erstmal in Richtung 1,1109 zurück. Habe ich es einfach mal versucht. Ich habe das Risiko hier schon reduziert. Lasse allerdings diesen Stopp jetzt über Nacht erstmal so stehen. Gehe jetzt nicht auf Break-Even, weil dieses Niveau kann schon durchaus auch nochmal getestet werden, dieses Ausbruchsniveau, um dann vielleicht von dort wieder abwärts zu fallen. Da müssen wir mal schauen. Aber idealerweise bleibt der Markt unterhalb des Einstiegs und zeigt uns vielleicht morgen dann schon im Live-Trading-Room um 10.30, dass wir hier eben vielleicht mit diesem Trade dann auch ein wenig Profit wieder mitnehmen können. Also das jetzt der Gedanke nochmals hier ganz kurz zum Euro-US-Dollar, ganz kurz auch nochmal der Blick aufs Gold. Hier zeigt sich wenig Bewegung. Und wir hatten das heute schon besprochen, ganz kurz auch für den morgigen Tag. Es ist morgen Freitag, Friday Gold Rush. Es ist statistisch bewiesen oder beziehungsweise wenn man sich Statistiken anschaut, weiß man, dass Gold zum Freitag ganz gerne steigt. Und wenn man eben Donnerstagabend, was wir ja jetzt haben, Gold statistisch, also jeden Donnerstagabend quasi Gold kauft und über den Freitag hält, teilweise bis Montag hält, dann hat man einen statistischen Vorteil. Zumindest war das in den letzten Jahren so. Somit ist morgen Freitag, morgen könnte Gold somit steigen. Allerdings bin ich hier ein wenig vorsichtig. Solange wir hier diesen Bereich um die Marke 57, gut 57, nicht nach oben durchstoßen, wäre ich hier vorsichtig. Denn mein Gedanke ist es ja, dass Gold sich gegebenenfalls in den 40er-Bereich hier unten nochmal bewegen könnte. Ich habe hier jetzt aktuell keinen Trade offen. Ich werde mir das Ganze anschauen, um hier gegebenenfalls dann vielleicht auch morgen einen Trade zu platzieren. Allerdings würde ich hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit der Abwärtsseite. Allerdings würde ich jetzt hier in diesem Niveau auch nicht zwingend kaufen wollen. Ja klar, statistisch ist es ein Vorteil, aber ich betrachte diesen Vorteil, Friday Gold Rush, nur als ein kleines Puzzleteil für meine Trading-Herangehensweise. Und von daher bin ich jetzt nicht derjenige, der jeden Freitag blind Gold kauft, sondern eben das lediglich als ein kleines Puzzleteil mit einbaut. Wir sind jetzt an der 460, laufen nach oben. Jetzt hätten wir noch 13 Minuten bis zum Schluss. Wir wollen die 13 Minuten jetzt hier nicht voll machen. Von daher bleibt es mir erstmal an dieser Stelle euch eben für den morgigen Tag oder für den heutigen Tag, je nachdem wann ihr dieses Video hört. Ich schaffe es leider nicht, das live aufzunehmen. Bin dann im Live-Trading-Rum 10.30 Uhr live dabei mit euch zusammen. Von daher wünsche ich euch Good Trades und Mega-Trading. Würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Bis dahin, bis morgen, bis gleich, bis später. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. Bis zum nächsten Mal.